ja das neue level heißt black and white und ja ich weiß nicht wie ich das mache hilfe mit schnitten weil wenn ich die aufnahmen beende nimmt er manchmal noch so ein kleines bisschen länger auf und dann seht ihr teilweise wie ich in den levelbildschirm zurückgehe oh mein gott ob ihr das überleben werdet nein und auf jeden fall geht es dann darum was ich sagen wollte ich weiß nicht ob ich das irgendwie rausschneide und hopp die beiden werde ich jetzt einmal nicht fertig machen weil wir kriegen sowieso die punkte zusammen die wir brauchen jetzt haben wir es und so bei stillstehenden goxhilfe da passiert es manchmal dass man selber abkratzt ja und es regnet draußen